Avalah ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Ohne dich wären wir alle tot. Nein, Geralt. Die Jagd wäre nie nach Kermor hingekommen, wäre ich nicht hier gewesen. Wesemirs Begräbnis. Wir sollten es vorbereiten. WDR mediagroup GmbH. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH.